Ich habe danach dann tatsächlich erst mal anderthalb bis zwei Jahre, glaube ich, sogar nur von Fotografie gelebt, bis ich dann im Oktober 2015 angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten. Aber wie hast du dein Leben so eingeteilt, dass das alles so funktioniert überhaupt? Und dann kommst du da oben an und gehst so über diesen Hügel drüber und auf einmal siehst du da so sechs, sieben, acht Krater, die alle Feuer spucken. Und ich bin wirklich einen Meter, stand einen Meter vor der Labe und mir hat das Gesicht richtig gebrannt, weil es so heiß war. Richtung Fernsehturm fotografiert, die Sonne genau zum richtigen Zeitpunkt hinter der Kuppel vom Fernsehturm. Also wirklich genial gemacht, auch genau berechnet vorher, an welchem Tag das. Würde man meinen. Okay, war nicht so. Der heutige Podcast wird präsentiert von CozySpeed. Im Online-Shop von CozySpeed findet ihr alles, was euch das Transportieren eurer Ausrüstung leichter macht. Praktische Hüfttaschen, super bequeme Rucksäcke und cooles Zubehör für euer Equipment. Mit dem Rabattcode im Fokus erhaltet ihr bis zu 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Heute treffen wir uns mit Jean-Claude Castor in Berlin. Man kennt ihn auch unter dem Namen 030mm Photography oder auch einfach Claude oder JC. Mit seinen Berlin-Fotos ist er vor einigen Jahren bekannt geworden. Wenn man Berlin-Fotos gegoogelt hat, waren seine Bilder immer an erster Stelle. Inzwischen reist der Arzt, der an der Berliner Charité arbeitet, durch die Welt und fotografiert Landschaften und Städte überall auf dem Globus. Heute kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und fotografiert mit uns Berlin von einem Hochhaus aus zum Sonnenuntergang. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus. Heute die zwölfte Folge, das heißt Jubiläumsfolge. Die zwölfte Folge aus dem 15. Stock. Ja und es heißt, wir haben ein Jahr durchgehalten, Leute. Und wir sind heute mal wieder in Berlin und zwar auf einem Hochhaus. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast heute und zwar Jean-Claude Castor. 0,30mm-Fotografie für die Leute, die ihn vielleicht unter dem Namen noch kennen. Wir sind ganz gespannt. Wir treffen nämlich gleich. Wir sind hier, wie du schon gesagt hast, im 15. Stock. Hast du ihn genannt? Bisschen, ja. Sehr gut. Beste Voraussetzung. Ich freue mich auf einen coolen Sonnenuntergang über den Dächern von Berlin. Los geht's. Los geht's. Top. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Hi, hi. Hi. Schön, dass ihr da seid, dass ihr es geschafft habt. Schön, dass das klappt. Ja, auf jeden Fall. Kommt rein, kommt rein. Kommt rein. Kommt rein in die gute Schule. Kommt rein und rauf. Man muss ja sagen, Huftop-Fotografie in Berlin hat ja schon ein bisschen was. Also ich glaube, die einzige Stadt, die geiler als Berlin dafür ist, ist vielleicht noch Frankfurt. Aber da hast du nicht so die Connections. Da habe ich leider keine Connections. Ja, doch so ein bisschen über Umwege, aber wäre rein theoretisch auch noch was drin, glaube ich. Ja, cool. Fürs nächste Mal. Ja, fürs nächste Mal. Wo sind wir denn hier gerade? Erzähl mal kurz. Ja, also wir sind hier an der Mediaspray. Gruppiert sich hier alles quasi am nördlichen und südlichen Ufer der Spree. Hier gibt es relativ viele neue, junge Firmen, auch viel gebaut worden in letzter Zeit. Aber abseits davon hast du halt eben auch noch so eine Geschichte wie hier unten die Arena mit dem Badeschiff. Also alles dreht sich hier um Arbeit und halt eben begleitend dazu auch nochmal Vergnügen. Wir stehen hier quasi auf den Twin Towers. Ist ein Gebäudekomplex bestehend aus den zwei Türmen hier. Der eine, auf dem wir stehen und noch das Parallelgebäude, alles in derselben Bauweise. Und wir gucken jetzt quasi von hier aus Richtung Zentrum mit dem Alexanderplatz in der Richtung. Hier im Vordergrund haben wir noch die wunderschöne Oberbaumbrücke und all die wunderbaren Kräne und Neubauten, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind. Ja, so typisch Berlin halt. Also überall Kräne, Baukräne ohne Ende. Wir haben ja schon damals zusammen fotografiert und es war damals auch nicht anders. Das war nie anders. Und einige Kräne gehören hier glaube ich mittlerweile oder fallen unter Denkmalschutz. Das Schöne ist ja jetzt, dass wir auch direkt in die Sonne gucken. Das heißt, die Sonne geht jetzt schön hinterm Fernsehturm unter. Circa. Müssen wir mal gucken, wo genau. Ob rechts oder links oder genau dahinter. Aber ich denke mal, das wird ein ganz cooles Motiv. Wir haben jetzt natürlich noch viel Gegenlicht, ne? Aber im Moment noch viel Gegenlicht, aber so wie es sich jetzt abzeichnet, haben wir halt auch ein kleines Wolkenband noch am Horizont. Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gerade zieht. Schöne Lichtstrahlen hat es auf jeden Fall. Also es sieht schon mal ganz schick aus irgendwie. Ja, es sieht eigentlich ganz nett aus. Aber bei meinem Glück würde ich sagen, wird es dann hier relativ zeitnah uninteressant. Na dann, geh mal noch ein Bier trinken. Ich würde sagen, lass uns erst mal Sachen ablegen und dann quatschen wir erst mal eine Runde, bevor wir fotografieren. Weil ein bisschen Zeit ist ja noch. Mach mal. Los geht's. So, schönes Plätzchen haben wir uns hier gesucht. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang. Deswegen dachten wir uns, dass wir erst mal eine Runde quatschen. Erst mal nochmal, auch an der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wissen ja, dass du viel beschäftigt bist, weil Fotografie ist ja nicht dein Hauptberuf, sondern? Nee, tatsächlich nicht. Eigentlich bin ich Anästhesist in einem Klinikum hier in Berlin und mache das mittlerweile eher so nebenher mit dem Fotografieren. Versuche natürlich da so viel wie möglich Zeit zu investieren, aber muss da schon ein bisschen einstecken. Das heißt, also Fotografie ist dein Hobby und Arzt, dann ist dein Beruf und nicht andersrum. Vorher hast du es andersrum gemacht. Entschuldigung. Kann man so sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, sondern es steckt schon viel Arbeit und Herzblut mit drin. Aber ich kann natürlich nicht mehr so viel Zeit investieren wie früher, bevor ich als Arzt tätig war. Ja, wir haben uns ja schon vor einer ganzen Zeit mal kennengelernt. Es gibt ja, wer mich sehr, sehr lange auf YouTube verfolgt, der kennt vielleicht auch noch so das ein oder andere Video, wo wir zusammen wirklich bei Regen, Wind, Gewitter, keine Ahnung was da alles war. Ja, waren wir oben auf dem, wie ist das Hochhaus da? Am Alex? Das Stadthaus oder? Nee, nee, das Hochhaus direkt vorm Fernsehturm hier, das Hotel. Das Park Inn. Das Park Inn, genau, da waren wir oben drauf. So lange, ihr kennt euch schon so lange und jetzt hat es zwölf Folgen gedauert, bis du endlich mal bei uns im Podcast kommst. Ja, das ist tatsächlich eine Schande, ne? Das soll ich sagen, ja. Ja, naja, aber trotzdem, also es ist tatsächlich, ja, damals war es, hast du nämlich als Anästhesist im Krankenhaus, damals warst du noch studieren, glaube ich, ne? Tatsächlich, ja, genau, ja. Hab das Studium Ende 2013 abgeschlossen, hat schon fast abgebrochen gesagt, ja, abgeschlossen und hab danach dann tatsächlich erstmal anderthalb bis zwei Jahre, glaube ich, sogar nur von Fotografie gelebt, bis ich dann im Oktober 2015 angefangen hab, in der Klinik zu arbeiten. Und das war dein Plan oder hat es mit der Fotografie nicht so funktioniert? Nee, das war tatsächlich so der Plan. Ich hab mal geguckt, wie gut man das jetzt ausreizen kann, weil zu dem Zeitpunkt hat es tatsächlich einigermaßen gut funktioniert und hab da in der Zeit so einen kleinen Nerv, vor allen Dingen mit den Berlin-Bildern getroffen und hab dann auch für mich gemerkt, ja, davon kann man zumindest mal so die Hauptkosten decken und ich konnte damit halt eben auch meine Reisen alle finanzieren und bin dann erstmal dabei geblieben. Aber irgendwann muss man halt eben dann auch quasi die Kehrtwende machen, beziehungsweise hast du dann irgendwann den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, wenn jetzt die Lücke im Lebenslauf noch länger wird, dann kann es vielleicht problematisch werden. Und dann hab ich mich Anfang 2015 an einigen Kliniken hier beworben und hab dann letztendlich hier an einem Haus die Stelle gekriegt. Ja, naja, gerade auch, wenn man so Spezialgebiet dann Berlin-Fotos, das ist ja auch irgendwie endlich. Also du hast ja, wir haben ja vorher auch schon ein bisschen gequatscht, hast ja auch gesagt, es hat sich jetzt auch schon so ein bisschen abgenutzt. Das ist eigentlich so, wir sind jetzt hier quasi eine Reise in die Vergangenheit, weil eigentlich bist du gar nicht mehr so aktiv in Berlin, oder? Tatsächlich nicht mehr, ja. Also es hat sehr stark nachgelassen. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, auch aus privaten Gründen unter anderem, habe ich das dann wirklich dolle bremsen müssen und habe kaum noch was in Berlin gemacht. Ich habe dann den Hauptfokus auf die Reisen gelegt. Das war halt eben auch der Zeitraum, oder das war die Zeitspanne. Genau, das waren halt eben so die größeren Zeitspannen, wo ich dann auch mal wegfahren konnte und habe dann eher so den Fokus auf Reisefotografie, Landschaft und so weiter und so fort gelegt. Und Architektur dann tatsächlich auch nur, wenn ich mal so dediziert wie jetzt 2019 nach Dubai gefahren bin, um dann da eine Woche lang am Stück durchzuschuten. Aber Berlin ganz wenig. Jetzt so Corona-bedingt habe ich mir dann gedacht, okay, brauchst du irgendwie für den nächsten Lockdown noch eine kleine Beschäftigung und habe mir dann mal so eine Timelapse-Schiene besorgt und war dann Anfang des Jahres relativ viel damit noch unterwegs. Das ist jetzt aber zum Mitte des Jahres hin dann auch nochmal etwas eingeschlafen. Also so richtig Zeit hatte ich noch nicht, um mich da einzufuchsen. Aber ich werde da sicherlich am Ball bleiben, weil eröffnet auch nochmal ein paar spannende Möglichkeiten. Und du hast ja vor allem die Connections zu den ganzen Locations nach wie vor. Also du hast ja auch heute das hier klar gemacht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man mal auf so einen Wolkenkreuz heraufkommt. Ja, überhaupt nicht. Also gerade hier in Berlin ist es gar nicht so einfach. Die Immobiliengesellschaften, ja, also man muss schon sehr viel Arbeit reinstecken, immer am Ball bleiben, auch viel mit denen kommunizieren und auch mal so kleine Angebote machen, damit man da überhaupt irgendwas ermöglicht kriegt. Also Angebote im Sinne von Deals? Genau, einfach, dass ich dann aufs Dach kann und dafür kriegen die eine kleine Selektion der besten Bilder aus der Reihe. Aber das ist hier wirklich nicht einfach. Das sind so ein paar Ausnahmegeschichten, jetzt auch wie hier zum Beispiel, wo es dann auch halt regelhaft funktioniert, wo ich dann halt auch mal häufiger anfragen kann, wenn es jetzt zum Beispiel ein besonderes Ereignis gibt, sei es jetzt mal, dass das Wetter gut ist oder die Sonne da vernünftig steht. Dann kann man hier auch einigermaßen spontan, so wie jetzt heute auch dann her, aber das ist auch nicht Usus. Das glaube ich. Du hast hier das damals alles aufgebaut in Zeitspanne so 2013, 2014 so in der Richtung war das ungefähr. Da haben wir ja auch viel zusammen fotografiert hier, da waren wir viel zusammen unterwegs, auch noch mit ein paar anderen Leuten, die jetzt ja auch nicht mehr so viel machen bzw. auch nicht mehr so präsent sind. Aber mich würde mal interessieren, weil du jetzt meintest, in der Zeitspanne konntest du davon leben. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man von der Fotografie leben kann. Waren es bei dir Bilderverkäufe oder hast du Tutorials auch produziert und rausgebracht oder Kalender drucken lassen oder wie war das bei dir? Eigentlich ein ziemlich breites Spektrum. Letztlich hat sich das dann zentralisiert bzw. dann hauptsächlich beschränkt auf Bilderverkäufe online, also bei gängigen Plattformen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch noch, um einfach mal auszutesten, was so alles geht, auch tatsächlich noch bei Stockfirmen Fotos angeboten. Und selbst da, muss man sagen, hat man dann über die Masse auch noch einiges an Umsatz generieren können. Und hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil wenn man sich so die Plattformen anschaut und du suchst einfach mal nach Motiven, da sind Städte eigentlich nie so richtig präsent. Also im Vergleich zu anderen Motiven, also so die klassischen Stockmotive, also Mann mit Aktentasche im Anzug oder so. Oder irgendwelche Produktszenenstädte hätte ich gedacht, funktioniert nicht so gut. Aber gerade hier mit den Berlin Motiven hat man wirklich so einen kleinen Nerv getroffen. Und das lief am Anfang auch ganz gut. Und abseits von der Stockfotografie habe ich dann auch noch auf so gängigen Printseiten meine Fotos angeboten. Und auch da kam einiges erstmal rum. Da ist ja wahrscheinlich auch viel Arbeit dann doch am Rechner mit Bilder vertaggen und Stichwörter setzen, damit die überhaupt gefunden werden und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass die reine Fotografie wahrscheinlich so 15 Prozent maximal an der Arbeitszeit ausgemacht hat und der Rest dann wirklich vor dem Computer war. Und neben den ganzen Immobilienfirmen anschreiben, um irgendwo überhaupt Locations zu bekommen, dann wahrscheinlich die Pflege der Datenbanken. So ist es, ja. Also die Organisation war natürlich die eine Sache, klar. Aber die Hauptarbeit war dann, wie du schon gesagt hast, wirklich am Rechner. Also das heißt, ich musste mir damals ja auch quasi so, wie das halt eben in der Selbstständigkeit ist, den Plan zurechtrücken. Und dann hast du halt eben auch mal acht, neun, zehn Stunden am Rechner gehockt, hast deine Bilddatenbanken gepflegt, hast getaggt. Und letztlich dann die Sachen auch noch hochladen müssen. Das waren ja dann wirklich im Schwung immer pro Shooting 30, 40 Bilder, die du dann irgendwo angeboten hast. Und auf jeder Seite musstest du dir dann nochmal einzeln verschlagworten. Also es hat schon ziemlich viel Zeit gefressen, ne? Naja, nicht schlecht. Also, ja, da muss man auch die Muße für haben. Ich habe das selber mal ausprobiert. Also so mit Stockfotografie ist es, es war nie so meins, irgendwie so ewig vor dem Rechner zu sitzen. Aber Respekt dafür, dass das, also ich meine, es hat ja auch geholfen. Man hat ja gesehen, also wenn man Berlin Fotos gegoogelt hat, dann war Jean-Claude immer wirklich auf Seite 1, ganz vorne mit dabei. Und ja, also das war so die damalige Zeit. Dann gab es, wie gesagt, da hast du dich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf die Arbeit dann konzentriert, ne? Und dann kam irgendwann auch, dass du dich für Landschaften interessiert hast, dass du mehr dann auch gereist bist. Also hast du ja damals auch schon so ein bisschen gemacht, aber es ist ja dann immer mehr geworden, ne? Das ist ja jetzt auch außerhalb. Wenn man sich jetzt so dein Portfolio auf der Seite anguckt, da ist ja durch die Welt weg, alles mit dabei. Also gereist bin ich schon immer viel. Das war auch so bei uns in der Familie eigentlich Usus, dass wir regelmäßig weggefahren sind. Und vor allen Dingen halt eben an exotischere Ziele. Nicht so hier Deutschland irgendwo da nach Bayern fahren, sondern tatsächlich über See häufig. Und das ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben und habe das dann natürlich auch noch weiter zelebriert. Und das hat dann letztlich auch den größten Anteil am Portfolio ausgemacht. Irgendwann ist Berlin dann, wie gesagt, schon so ein bisschen eingeschlafen und habe mir dann die freie Zeit, die mir noch blieb, bin ich natürlich dann auch in Urlaub gefahren, weggefahren. Und habe dann das Schöne mit dem Nützlichen verbunden und habe die Locations dann auch häufig mal so ein bisschen danach gewählt, wo man schön fotografieren kann. Du hast ja auch eine Freundin. Ja. Macht die das alles mit? So Standardfrage, ne? Also ich meine, bei den einen ist es ja so, bei den anderen anders. Tatsächlich, die macht das sehr gut mit, obwohl ich manchmal vielleicht etwas über die Strenge schlage und das doch zu sehr ausreize. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile so einen ganz guten Deal gefunden und es klappt mittlerweile ganz gut, dass wir da jetzt nicht zu viel den Fokus auf Fotografieren legen. Ich muss mich dann natürlich immer ein bisschen zügeln und bremsen, aber ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Mix. Und sie ist damit zumindest bei den letzten beiden Reisen ganz gut mitgegangen. Ja, ihr habt ja beide eine Freundin jetzt. Ich muss mich mal fragen, wie sieht denn so ein Deal aus mit einer Freundin? Also wie muss man es denn machen, damit eine Freundin am Ende auch sagt, sie wird nicht vernachlässigt? Und wie kann man trotzdem viele Fotos machen? Jetzt kommen ja die Experten, die man spielen. Also ja, man kann es nur falsch machen letztendlich. Kommt drauf an, wie verständnisvoll deine Freundin ist. Also für viele Sachen hat sie sehr viel Verständnis. Wofür sie kein Verständnis hat, ist dann irgendwie stundenlang in der Kälte rumzuhocken und ich warte auf das gute Licht und sie friert sich nass ab. Das klappt nicht mehr so gut, aber so eine Situation versuche ich dann zu vermeiden, indem ich dann an solchen Tagen irgendwie alleine unterwegs bin. Oder wir machen einfach mal den Deal, ich gehe morgens knipsen zum Sonnenaufgang und abends machen wir dann halt irgendwas gemeinsam ohne knipsen. Also so in die Richtung kann man sich da eigentlich ganz gut arrangieren. Also bei euch beiden schließt sich quasi das schon so ein bisschen aus. Weil bei uns beiden ist es zum Beispiel so, dass meine Freundin halt dann eigentlich auch fast immer dabei ist. Es ist scheißegal, ob es kalt ist oder nicht. Also sie ist dann schon immer irgendwie so auch fotografiert dann selber vielleicht auch ein bisschen. Du bist ja aber wahrscheinlich sowieso auch häufiger in so kühleren Regionen unterwegs, wa? Ab und an. Kommt ja bei uns nicht so häufig vor tatsächlich. Also außer wenn man mal einen Dolomiten oder so abhängt. Aber so mit Selbstknipsen oder Filmen, obwohl sie ja auch aus der Branche da kommt, ich habe immer versucht sie da so ein bisschen zu lenken und zu pushen. Aber kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn sie dann sagt nach dem Drehtag, dass sie da keine Lust mehr drauf hat. Also ist schon okay. Wenn ich ab und zu mal Videomaterial produziere, dann ist sie immerhin so nett und schneidet es dann auch mal. Ah ja, okay. Also cool. Also es ist schon gut vereinbar. Ja, finde ich schon. So generell der Spagat zwischen deinem Beruf, der als Anästhesist ja jetzt augenscheinlich erstmal ziemlich stressig ist, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, deine ganze freie Zeit hast du dann quasi noch aufzuteilen zwischen deinem Privatleben, deiner Freundin und dann auch noch, du willst ja irgendwie fotografieren gehen, bist ja auch viel unterwegs tatsächlich. Wir haben off-camera schon ein bisschen gesprochen, aber wie hast du dein Leben so eingeteilt, dass das alles so funktioniert überhaupt? Na, zum einen sind wir noch relativ unabhängig. Das heißt, wir haben keine Kinder. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Ding, was uns sehr viel Spielraum, sowohl was Zeit anbelangt, als auch den monetären Aspekt. Und da kann man sich halt relativ viel Freiraum schaffen. Also sie hat jetzt nicht so viel Urlaub wie ich. Ich habe ja deutlich mehr. Und jetzt Corona-bedingt war es halt eben auch so, dass ich meine Impfung halt schon relativ frühzeitig hatte. Und ich habe das dann natürlich auch ein bisschen ausgenutzt. Und sie konnte halt eben nicht mit. Ich habe mir dann die Ziele auch danach ausgesucht, wo man mit der Impfung hin konnte. Aber ja, das zum einen. Und zum anderen, wir versuchen zumindest so viel Urlaub zusammen zu machen, wie es geht. Funktioniert natürlich nicht immer, weil meine Urlaubspläne sind immer schon ein Jahr im Voraus quasi schon fix. Und bei ihr ist das dann halt nicht ganz so safe, dass sie dann auch an den Daten weg kann. Und ansonsten, ja, also ich versuche halt wirklich, den Urlaub so maximal zu nutzen, wie es geht. Also ich versuche dann auch wirklich immer wegzufahren. Das ist natürlich auch etwas stressig, weil es ist ja auch mal schön, einfach mal eine Woche hier in Berlin zu bleiben. Und nicht immer nur den ganzen Stress zu haben, irgendwo durch die Weltgeschichte zu huschen. Aber ich habe halt eben da tatsächlich mehr Spaß dran, als zu Hause zu hocken. Das kann man wohl einem auch nicht verdenken, glaube ich. Wie hast du das denn jetzt? Also du hast ja schon gerade angesprochen, du bist ja relativ früh geimpft worden. Klar, als Krankenhausmitarbeiter, logisch. Du warst ja zum Beispiel dann auf Island und zwar zu genau der Zeit, wo der Vulkanhaus gebrochen ist. Da haben wir ja ein bisschen was gemeinsam sogar. Ich war ja dann auch dort. Du hast mich sogar noch gefragt, ob ich mitkomme. Das haben wir mal besser zusammen gemacht. Zwei Wochen später. Ja, ich kann doch. Also ich glaube, du bist gefahren. Ich glaube, einen Tag später bin ich angekommen. Oder irgendwie so. Das war total bekloppt eigentlich. Aber du hast ja da auch Vulkanfotos gemacht. Du musstest ja auch nicht in Quarantäne durch die Impfung, was ja auch gut war. Du warst ja dann auch mit einer der Ersten, glaube ich, so aus Deutschland, die dort waren. Also ich glaube, zumindest nicht viele vor uns waren da. Und vor allem warst du der Erste, der einen richtig geilen Vordergrund plus Vulkan fotografiert hat. Wir blenden das Foto natürlich an dieser Stelle ein. Oh ja, auf jeden Fall. Nett, dass du das sagst. Das war tatsächlich so ein lucky Coincidence, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Reise hatte ich schon weit im Voraus gebucht. Ach, tatsächlich? Ich wusste zwar, dass da was am Rumoren ist, aber keiner wusste natürlich, wann und wo der Vulkan jetzt letztlich ausbricht. Und eine Woche oder zwei Wochen, bevor ich gefahren bin, genau, zwei Wochen hieß es dann, ja, jetzt ist es soweit. Und das hat natürlich super gepasst. Wie geil, ja. Ich muss aber auch sagen, ich war noch nie auf Island. Ach so, du warst da noch gar nicht. Ich habe das versucht. Das ist natürlich für den ersten Besuch natürlich ein absoluter Knall. Ja, aber hat natürlich auch eine Schattenseite. Dadurch, dass ich noch nie da war, fehlten mir halt eben auch so diese klassischen, gängigen Motive. Und eigentlich bin ich ja deswegen da hingefahren. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich relativ wenig Zeit am Vulkan verbracht habe. Ich habe zwei Tage eingeplant. Letztlich konnte ich nur einen wahrnehmen, weil am zweiten Tag war das Wetter so beschissen, dass ich... Nichts kriegen. Okay. Also wäre schon gegangen. Ich habe dann mit ein paar Locals da noch gesprochen, die dann an dem Tag trotzdem oben waren. Die haben gesagt, war eigentlich ganz okay. Du kannst es halt nie vorhersehen. Du hast im Tal unten total das beschissene Wetter. Und oben auf dem Berg ist dann wiederum alles schick oder umgekehrt. Aber war mir dann zu riskant, sodass ich das dann habe sein lassen. Aber ich wollte halt eben auch noch den Rest sehen. Das heißt, ich bin dann zuerst einmal um die halbe Insel getingelt. Habe so das Klassische eingesammelt. Ist jetzt natürlich nichts Herausragendes so. Also sagen wir mal nichts übermäßig Besonderes bei rumgekommen. Aber zumindest habe ich jetzt mal alles gesehen. Habe mir so einen Eindruck verschaffen können. Habe auch das ein oder andere schöne Motive da mitgebracht, finde ich. Und einfach mal so für die Galerie kann man da glaube ich was mit anfangen. Highlight, muss man natürlich fairerweise sagen, war dann doch der Vulkan. Ich meine, du hast es selber gesehen. Und das war schon richtig, richtig abgefahren. Also du gehst da schon mit Ehrfurcht hin und weißt, was dich erwarten könnte. Aber wenn du noch nie einen ausbrechenden Vulkan gesehen hast, dann bist du schon so, okay, was passiert jetzt eigentlich hier? Und dann kommst du da oben an und gehst über diesen Hügel drüber. Und auf einmal siehst du da so sechs, sieben, acht Krater, die alle Feuer spucken. Und die Lava fließt da aus den Kratern raus und ins Tal rein. Also das ist absolut brutal. Und vor allem, man konnte ja auch gerade in Island, das ist ja anders als bei anderen Vulkanausbrüchen, wo da meistens so ein Sperrgebiet um zehn Kilometer drumherum ist, konntest du da halt wirklich direkt ran. Und ich bin wirklich, ein Meter, stand ein Meter vor der Lava und mir hat das Gesicht richtig gebrannt, weil es so heiß war. Und das hat man ja normalerweise auch nicht. Und das dann so, ich glaube, das ist wirklich, so sieht man einmal im Leben, denke ich mal. Aber ich glaube nicht, dass man so oft die Chance haben wird. Und das mitgemacht zu haben, war schon absolut herausragend. Wie habt ihr da die Stimmung bei den Leuten so wahrgenommen, die da sonst noch so waren? Mega entspannt. Mega entspannt, super entspannt. Es waren ja hauptsächlich Isländer eigentlich. Also es waren ja kaum Touristen zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment aussieht, aber ich glaube, Island hat, die wollten eigentlich schon längst lockern, haben es aber immer noch nicht getan. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich glaube immer noch nicht. Und deswegen waren da hauptsächlich, also zu 99 Prozent waren es Isländer, die dort waren. Absolut. Die da halt alle hingetingelt sind und wollten sich auch mal so einen Vulkan angucken. Aber die waren auch, die haben sich da einfach, du hattest ja einen Berg da im Vordergrund quasi, wo du dich dann, da haben die sich einfach alle hingesetzt und haben sich da einfach geguckt. Der ein oder andere hat mal eine Pizza auf die Lava gelegt, Marshmallows da oder Würstchen gepaten. Ja genau, die Würstchen, die du da immer bekommst, die haben sie da auf der Lava. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich gesund ist. Schmeckt bestimmt nicht so lecker, aber ich glaube, für den Gag ist es ganz okay. Wer vergammelt einen Fisch isst, kann er gerade noch ein bisschen auf Lava essen. Wahrscheinlich, also selbst für Isländer ist das ja doch was ganz Besonderes, wenn du so hautnah dabei sein kannst. Und du konntest wirklich, da hat auch keiner was gesagt, wenn du quasi so 20 Zentimeter vor der Lava gestanden bist. Also natürlich hältst du da nicht lange aus und du musst auch aufpassen, dass da nicht dein Equipment auf einmal anfängt zu gucken. Aber ansonsten, du stehst da, knippst die Lava, die so langsam, behäbig vor dir in deine Richtung rollt. Und hinten dran spuckt einfach der Krater die Lava 30 Meter in die Luft. Ja, und das Geräusch dazu, diese sich bewegende Lava, die dann immer so knacken und knüstern. Ja, das ist wie ein Gestein, was übereinander rüber ratscht. So ein bisschen auf die Kohle. Ja, genau. Geil. Schon echt cool. Und es gab auch keinerlei Sicherheitseinweisungen? Ne, überhaupt nicht. Also da sind Leute rumgelaufen, also Feuerwehr und Hilfskräfte, die sich das dann auch angeguckt haben. Die haben auch regelmäßig, also das war schon top organisiert, muss man schon sagen. Die haben schon auch die Gefahren minimiert. Genau. Und haben die Gaswerte in der Luft quasi gemessen und haben dann auch gesagt, okay Leute, der Wind dreht. Jetzt müssen wir alle irgendwie die Position ändern oder halt eben ganz aus dem Tal raus. Weil wenn es keinen Wind gibt, dann bleibt natürlich das ganze Kohlenmonoxid und Kohlendioxid da unten drin stehen. Und dann wird es auch schnell mal ungemütlich. Das ist Gott sei Dank nicht vorgekommen und kommt ja auch selten vor auf Island, dass es da mal keinen Wind gibt. Von daher waren wir da im Großen und Ganzen eigentlich recht sicher. Okay, cool. Ja, coole Erfahrung. Ja, ich war echt neidisch. Ja. Geht's immer? Ja. Ich meine, ich glaube, er ist immer noch sogar immer noch aktiv. Ja, ja. Aber es ist nicht mehr so fotogen. Nee, das ist ja auch das Krass. Es verändert sich ja jeden Tag. Also ich war drei Tage dort und jeden Tag sah das komplett anders aus im Endeffekt. Das Lava-Feld ist natürlich immer größer geworden. Die Lava ist immer weiter. Und von einem Tag auf den anderen, wie viele hundert Meter diese Lava auf einmal weiter? Den Livestream gibt's noch, oder? Den gibt's noch. Den können wir ja vielleicht auch mal hier verlinken. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, kann da auf jeden Fall mal reingucken. Genau. Aber auch da sind die Kamerapositionen immer wieder geändert worden, weil dann irgendwann die Lava immer näher kam. Und dann musste man halt auch mal die Kameras dann verändern. Und es war ja ein relativ hügeliges Gelände. Und dann hattest du halt eben oben auf den Gipfeln die Lifecamps draufstehen. Aber unten im Tal floss die Lava natürlich auch weiter. Und irgendwann sind diese Hügel auch komplett umschlossen. Das heißt, die normalen Spots, wo du sonst immer hingewandert bist, die waren dann auch irgendwann nicht mehr zugänglich. Und mittlerweile ist es so, dass, glaube ich, sogar schon die Siedlungen in Reichweite der Lava sind. Also die hat diese Hauptstraße von Reykjavik quasi runter nach Grindavik. Grindavik, genau. So wie ich es jetzt gehört habe. Ich habe jetzt nicht genauer nachrecherchiert, aber scheint es so zu sein. Und die haben ja auch schon mal versucht, da irgendwie mit Baggern die Lava bewegen und Damm zu bauen, damit es nicht weiter fließt. Aber das hat natürlich nicht geholfen. Die Natur bahnt sich doch schon ihren Weg. Das ist aber trotzdem total spannend. Das ist Geologie-Life quasi. Ja, genau. Und wenn man dafür so ein kleines Fable hat, ist es absolut Wahnsinn. Voll geil. Beim letzten Mal hatten wir keine Bildbesprechung, weil es einfach so vom Thema nicht so wirklich gepasst hat. Deswegen haben wir uns heute vorgenommen. Machen wir mal wieder eine. Heute machen wir mal wieder eine Bildbesprechung. Ihr könnt uns nämlich jederzeit unter dem Hashtag Fokus Review bei Instagram eure Bilder quasi zukommen lassen. Einfach indem ihr den Hashtag dann untersetzt. Dann sehen wir die alle. Und JC hat sich gerade zwei rausgesucht. Das erste hier. Einmal von Typo Grafsky. Seebrücke Selin. Also schon mal vorweg. Ich habe die Bilder wirklich nur anhand des ersten Blickes ausgewählt. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer die Bilder geschossen hat. Ja, und bei dem Bild sofort herausstechend eigentlich erstmal mit dem Motiv selbst. Eigentlich auch ein Klassiker mehr oder weniger. Auch schon häufiger aus der Position gesehen. Aber hier tatsächlich ein bisschen ansprechender. Allein schon durch den Baumstamm, der da noch im Vordergrund liegt. So als kleine Leading Line noch rein ins Motiv. Schöne blaue Stunde auch abgegriffen. Vielleicht da noch das ein oder andere Highlight gesetzt. Also in Richtung Dutch & Burn würde ich sagen. Die Spiegelung kommt ergänzend auch noch schön raus. Also an und für sich erstmal ein gut umgesetzter Klassiker mit einem i-Tüpfelchen obendrauf würde ich sagen. Und auch super schöner Farbkontrast finde ich. Also auch, dass die Spiegelung so klar irgendwie kommt. Das ist einfach echt richtig schön. Da auch gar nicht so häufig der Fall. Finde ich auch sehr ansprechend, oder? Auf jeden Fall. Sehr schön. Also finde ich auch, kann man gar nicht so viel meckern. Man sagt ja immer, man soll hier ja auch ein bisschen die Star in der Suppe finden. Es sieht vor allem gar nicht so nach klassischer blauer Stunde aus, sondern so als wäre es eigentlich schon ein bisschen später aufgenommen. Dunkler gewesen, ja. Man sieht halt eben, also entweder das ist die Vignette, die dann noch nachträglich da verstärkt worden ist. Oder halt eben wegen mir so als Radialfilter da in der Mitte im Zentrum etwas aufgehellt. Aber ja, finde ich gut. Sehr stimmig, total. Schmeiß weiter. Machen wir hier noch eins? Ja, das ist von Robin K. Der ist ja tatsächlich auch doch eine etwas bekanntere Nummer hier. Aber auch hier tatsächlich ausgewählt anhand des Motivs, was sofort ins Auge stach. Ja, Milky Way im Vordergrund, nehme ich mal an, die Sachser Lücke. Auch als Campground dann noch genutzt. Und ja, Sachser Lücke sowieso. Erstmal schon mal ein richtig geiles Motiv. Ich habe gerade zuletzt auch wieder die Reihe von Albert Brusch und Marco Grassi gesehen, die dort waren. Und die haben ja auch da Herausragendes wieder geliefert. Ziemlich abgeliefert, ne? Ja, fand ich auch. Und sicherlich auch auf meiner Bucketlist irgendwann mal gucken, wann ich da mal vorbeikomme. Muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt nicht so der ultimative Astro-Fan bin und auch so Milky Way-Fotografie, weil für mich im Hintergrund automatisch immer, ja, okay, ist in den meisten Fällen Composing. Das ist klar nochmal ein Thema für sich und kann Abende füllen, die Thematik. Aber hier finde ich, ist es tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Also es ist dezent. Sehr authentisch irgendwie, ne? Absolut, ja. Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste und ich weiß es auch nicht besser, aber es sieht aus wie aus einem Guss. Also als sei es ein Foto. Kann ja auch durchaus mal sein. Ich weiß jetzt nicht, dafür müsste man vielleicht mal näher reingucken, ob das jetzt noch zusammengeschustert ist. Es ist aber so auf den ersten Blick erstmal super authentisch wirkende Milky Way-Fotografie. Ein Vordergrund auch noch eigentlich ganz gut genutzt, dadurch, dass das leuchtende Zelt da noch ist. Es ist jetzt, oftmals hat man ja so den Eindruck, gerade wenn es so als Time Blending noch gemacht worden ist, dass der Vordergrund dann irgendwie nicht mehr so matcht mit dem, mit dem Himmel. Und hier überhaupt nicht der Fall. Also auch Farb nicht sehr gut abgestimmt, passt einfach. Das wäre aber, also die Farbe wäre tatsächlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, dass es mir insgesamt irgendwie zu gelb ist oder zu rot. Weiß ich jetzt nicht, ob das noch Lichtverschmutzung im Hintergrund ist. Das sieht sehr stark nach Lichtverschmutzung aus, ja. Ich war noch nie in der Gegend, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Müsste ich jetzt auch nicht. Aber insgesamt vom Weißabgleich hätte ich es auch ein bisschen... So ein bisschen mehr ins Nachtblaue irgendwie gezogen, ne? Ja, ja. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch... Meckern auf hohem Niveau, wie wir gesagt haben. Das ist das Herrchen in der Suppe. Genau. Ne, sehr schöne Bilder. Sieht qualitativ auch sehr hochwertig aus. Also, soweit man das jetzt hier auf Instagram auch beurteilen kann. Genau, das kommt noch mit dazu. Aber ich meine, von Herrn K. sind wir jetzt auch eigentlich nichts anderes gewohnt, oder? Das stimmt. Also Leute, falls ihr Bock habt, in der nächsten Folge vielleicht schon dabei zu sein, dann einfach, wie gesagt, den Hashtag Fokus Review benutzen. Und dann seid ihr mit in der Auswahl dabei. Dabei. An dieser Stelle können wir auch mal erwähnen übrigens, es gibt ja für unsere Patreon-Mitglieder auch natürlich wieder einen kleinen Bonus oder mehrere kleine Boni. Sehr schönen Bonus sogar. Haben wir ja ganz vergessen, diese Folge. Ja, ja, ja. Müssen wir noch darauf hinweisen. Ihr könnt uns nämlich auf Patreon unterstützen. Entweder mit drei, mit sechs oder mit neun Euro pro Monat. Und je nachdem, wie viel ihr spenden wollt, desto mehr Boni bekommt ihr natürlich auch als kleines Dankeschön. Ihr könnt entweder drei Euro sagen, das könnt ihr einfach so machen, um uns zu unterstützen, damit wir hier so eine Folge produzieren können. Für sechs Euro, also Silber-Mitglied, bekommt ihr jetzt dann im Nachgang schon ein kleines Tutorial, was Jean-Claude noch aufnehmen wird. Oder? Machst du doch, ne? Klar. Na klar. Haben wir noch gar nicht drüber. Aber doch, haben wir kurz mal angerissen. Aber da waren wir noch bei anderen Thematiken. Achso, ja. Ja, ja, also, okay. Du wüsstest, weil die Alternative war doch das besondere Geschenk noch von... Ja, das ist für unsere neun Euro-Mitglieder. Für unsere Gold-Patreons kriegt ihr nämlich was? Ein Gizzo-Rucksack. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt habt, aber vor kurzem kam die Traveller-Series raus. Und da hat mir Gizzo was Schönes geschickt, was ich jetzt gerne euch weitervermachen würde. Und zwar dann für die Gold-Members sozusagen verlosen wir diesen Rucksack. Und ja. Da könnt ihr dann einfach, wenn ihr als Gold-Member mit dabei seid, seid ihr automatisch in der Verlosung mit dabei und könnt den dann entsprechend vielleicht gewinnen. Also, wenn ihr Bock auf einen Foto-Rucksack habt, dann einfach mal schnell Gold-Member werden. Werbung Ende. Wenn wir schon bei Gizzo sind, du hast ja mit Gizzo auch zu tun, ne? Tatsächlich, ja. Was genau machst du da? Eine der wenigen Kooperationen, die ich pflege. Das war aber tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja, also man kann sagen, dass so ein loses Ambassador-Verhältnis besteht. Cool. Aber das ist eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Ja, cool. Und die besteht jetzt tatsächlich auch schon seitdem ich fotografiere. Also ich habe angefangen eigentlich immer mit meinem Foto. Die gehören ja, wie gesagt, zu Gizzo. Und irgendwann bin ich dann gewechselt, weil ich doch etwas robusteres Material gebraucht habe. Da ist Gizzo halt wirklich top-notch. Ja, cool. Sehr schön. Ja, cool. Also Leute, wie gesagt, Link unten zu Patreon ist in der Videobeschreibung. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere überhaupt Patreons, die uns schon seit geraumer Zeit unterstützen. Wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür. Seit Ende letzten Jahres schon. Ja, das stimmt. Da haben wir das angefangen. Also es ist jetzt tatsächlich schon sieben oder acht Monate, dass ihr uns da supportet. Teilweise sind die Leute auch seit diesen sieben oder acht Monaten durchgängig dabei. Durchgängig dabei, ne? Gerade an die Leute ein ganz, ganz großes Dankeschön und auch an die Leute, die entweder gesponsert haben oder auch jetzt neu dazukommen. Ihr unterstützt uns da sehr, weil so eine Folge hier zu produzieren kostet halt auch immer. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und von daher... Ihr sorgt dafür, dass wir das weiter machen können. Ja, ihr sorgt dafür, dass wir zumindest nicht mit so einem ganz krassen Minus hier rausgehen. Ja, das stimmt. Es ist immer noch ein Minusgeschäft, aber wir machen es halt gerne. Wir lernen neue Leute kennen. Ich mache das ja auch nicht gerade, das hier. Ja, eben. Du warst eigentlich der teuerste Posten heute. Zwei Bier. Und dann haben wir diese Leute, die fünfstellig verlangen hier für so einen Abend. Haben wir eigentlich deine Getränke gezahlt wenigstens? Ja. Ja, okay. Was sind denn so für dich die nächsten Ziele? Hast du schon, wenn du jetzt sagst, du musst immer ein Jahr im Voraus Urlaub planen, dann hast du ja mit Sicherheit schon dein nächstes Jahr oder zumindest das zweite Halbjahr dieses Jahr schon verplant. Ist tatsächlich schon verplant, ja. Ja, also die Destination, die wähle ich jetzt selten, irgendwie schon ein Jahr im Voraus. Das machen wir dann mehr oder weniger spontan. Wir überlegen dann zwar grob, okay, was würde jetzt passen so jahreszeitenmäßig, wo könnte man da hinfahren, Nordhalbkugel, Südhalbkugel, was auch immer. Aber ansonsten lasse ich das erstmal so spontan auf mich zukommen. Es sei denn, wir haben so etwas geplant, was wir jetzt eigentlich 2020 machen wollten, nach Kanada fahren. Aber das mussten wir dann Corona-bedingt halt eben einstampfen. Und für das zweite Halbjahr, wir fahren jetzt, okay, das ist jetzt nicht ganz so crazy, aber fahren wir am Mittwoch für ein paar Tage in die Rhön, an die Rhön, zur Rhön, wie auch immer. Und einfach da ein bisschen abhängen, ein bisschen wandern, Gegend erkunden, ein paar Städte vielleicht noch gucken. Würzburg ist jetzt vielleicht gerade nicht so the place to be, I don't know. Stimmt, ja. Aber da in der Gegend, mal schauen. Und als nächstgrößere Geschichte machen wir dann im September eine Reise, wahrscheinlich nach Kreta. Das ist aber eher eine Reise mit Freunden. Ich versuche eigentlich immer über meinen Geburtstag eine Reisegruppe zu akquirieren. Sind meistens dieselben Leute, die da immer mitfahren. Und dann fahren wir in einer kleinen Gruppe an bestimmte Locations. Letztes Jahr waren wir in der Toskana und haben uns da ein schönes Anwesen gemietet. Jetzt Kreta auf dem Schirm. Und zur Debatte steht sonst noch Sardinien. Mal gucken. Cool. Und dann geht es im Oktober, November noch drei Wochen in die Karibik. Und dann haben wir noch eine Woche irgendwie zur Verfügung. Da weiß ich aber noch nicht, was ich mache. Vielleicht Dolomiten nochmal. Nachdem jetzt auf dem letzten Trip noch so viel Schnee lag, hast du noch eine Rechnung offen. Ja, genau. Tatsächlich. Aber Dolomiten geht halt irgendwie immer. Also da kann man halt einfach immer runterfahren. Ich versuche es auch einmal im Jahr mittlerweile einzuplanen. Also zumindest einmal im Jahr nach Italien. Weil ich habe doch ein bisschen Narren dran gefressen. Das ist einfach zu schön. Überall schön da, ne? Absolut. Aber auch nicht nur zum Fotografieren. Auch das Essen, die Leute. Es ist halt einfach alles. Irgendwas passt irgendwie alles da unten. Die Lebensart. Das ist einfach nochmal was Besonderes, finde ich. Und die Lebensqualität halt eben. Zum Beispiel auch da in der Region Dolomiten. Also könnte man sich auch vorstellen, da zu wohnen. Definitiv, ja. Das ist schon sehr, sehr geil, ja. Jetzt haben wir ja so langsam. Also die Sonne ist noch relativ weit oben. Wir haben noch Zeit. Aber wir sind ja jetzt hier oben auf dem Hochhaus. So, 17. Etage, 18. Stock? 15. 16. Irgendwie so, ja. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen höher. Also Berlin hat ja auch gar nicht so viele Hochhäuser. Von daher ist es schon, man hat ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich, wie, kannst du ja mal so ein bisschen beschreiben. Wie gehst du denn vor, wenn du jetzt, sage ich mal, ein neues Hochhaus quasi für dich entdeckst. So, okay, du schreibst jetzt die Immobilienfirma an. Wie ist da so der Ablauf, bis du dann im Endeffekt da oben bist? Also, oder auch, wie guckst du dann in irgendwelche bestimmten Wetter-Apps zum Beispiel, um dich da vorzubereiten? Es gibt ja ein ganz berühmtes Foto von dir. Das hast du, glaube ich, vom Allianz Tower gemacht, ne? In die Richtung fotografiert. Der Allianz Tower ist hier direkt ein Stückchen weiter noch. Aber direkt in die Richtung Fernsehturm fotografiert. Die Sonne genau zum richtigen Zeitpunkt hinter der Kuppel vom Fernsehturm. Also wirklich genial gemacht. Auch genau berechnet vorher, an welchem Tag das, zu welcher Uhrzeit. Würde man meinen. Würde man, okay. War nicht so, ja. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Überhaupt nicht sogar. Jetzt haben wir die schöne Geschichte zerstört. Oh, ist okay. Erzähl weiter. Tut mir leid, dass ich das jetzt ruinieren muss. Aber es war auch tatsächlich absoluter Zufall. Ich war ja überhaupt froh, dass ich nach Jahren des Buhlens und des Organisierens den Termin gekriegt habe, da hochzukommen. Ich weiß nicht, so viele Fotos habe ich von da oben nicht gesehen. Deswegen war ich extremst happy, dass es geklappt hat. Und es ist zufällig auch genau auf den Tag gefallen. Also, wir hatten da einen Security-Menschen dabei. Der mit uns dann einfach auch noch gequatscht hat nebenher. Und irgendwann ist mir dann so aufgefallen, hey, Moment mal, die Sonne bewegt sich so straight in Richtung Kuppel vom Fernsehturm. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich muss mal kurz ein paar Fotos machen. Und es war dann tatsächlich so, dass an dem Tag exaktemente die Kugel hinter der anderen Kugel verschwunden ist. Genial, egal. Also, ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr als die gängige Wetter- oder Fotoplaner-App haben, um das zu berechnen. Also, das wird, glaube ich, schwer. Also, natürlich mit künstlichem Horizont und so was und Virtual Reality kriegt man das jetzt vielleicht hin. Aber damals, das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her, hättest du das, glaube ich, nicht so einfach rausfinden können. Und dann war ich natürlich extrem happy, dass es halt funktioniert hat. Aber das war schon so ein bisschen der Plan quasi? Nö, eigentlich nicht. Gar nicht, nee, gar nicht, nee. Ich wollte einfach nur ein neues Skylight-Bild haben. Also, ich wollte nur Skylight-Fotografieren und nach Möglichkeit eine schöne blaue Stunde haben. Also, der Fernsehturm war überhaupt gar nicht... Na, der Fernsehturm ist ja eigentlich immer das Hauptmotiv. Also, den hast du schon immer drin, aber das ist halt eben die Sonne dann so... Direkt dahinter. Also, das Bild ist ja auch absolut gefeiert worden. Also, du hast es ja gepostet, das ist ja schon ziemlich durch die Decke gegangen, dieses Bild. Für meine Verhältnisse, ja. Ja, der Facebook-Algorithmus ist, ja, schwierig, schwieriges Thema. Anderes Thema, ja. Ganz, also wirklich, wir hatten ja auch mal zusammen eine Facebook-Seite mal, die hieß I Love Berlin. Das haben wir dann auch wieder sein lassen, weil einfach Facebook überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Aber, ja, also, das Bild ist schon gut durch die Decke gegangen bei dir. Das hat man schon gesehen. Aber, ja, umso schöner, dass es dann Zufall war, ja. Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, also, es wäre fast gar nicht dazu gekommen, weil am Vormittag und Mittag hat es halt eben geschifft ohne Ende. Und ich habe schon mit dem Kollegen da am Telefon abgemacht, okay, ich komme gar nicht. Bin dann aber trotzdem noch hingefahren, habe es mir immer noch mal angeguckt. Und war dann auch noch so, als ich oben angekommen bin, dass fiese Wolken da waren und eigentlich gar kein Licht durchgekommen ist. Dann hat sich aber abgezeichnet, hast du halt eben so ein ganz schmales Band am Horizont gesehen und hast so gemerkt, okay, Wind geht in die richtige Richtung, könnte doch noch was werden. Und es war dann tatsächlich auch noch ein richtig fetter Sonnenuntergang. Also, Licht hat absolut gepasst an dem Tag. War wirklich einer der wenigen Tage, wo alles gepasst hat. Also, das muss ich dann auch manchmal einfach fügen. Ja, also, manchmal muss man wirklich Glück haben. Ist es für dich so das Foto, wo du sagst, da bin ich am stolzen drauf. Oder gibt es ein Foto, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsbild, weil es von der Planung her besonders toll war, weil es von der Stimmung besonders toll war oder was auch immer. Hast du so ein Bild, wo du sagst, das ist mein Bild, wo ich, wenn ich gefragt werde, das würde ich sofort zeigen? Puh, da gibt es sicherlich ein paar, aber so eins, das besonders heraussticht, wo ich sagen würde, das ist mein absoluter Favorite, kann jetzt eigentlich keins benennen. Sicherlich, das gehört dazu oder die Top Five. Aber eins meiner Lieblingsfotos ist von Azorn. Das ist eigentlich ein gängiges Motiv, aber da hat halt eben auch alles gepasst. Da war Nebel, da waren Wolken, da war Licht, da war quasi, also, es hätte eigentlich nur noch das Einhorn gefehlt, bis es einem Regenbogen kotzt oder so. Dann wäre es halt eben ultimativ gewesen. Aber das fand ich halt eben auch vom Motiv her extrem ansprechend. Und das hängt auch bei mir relativ groß in der Wohnung. Okay, cool. Jetzt bist du so ein bisschen weg von dieser Cityscape-Fotografie, weil ich will jetzt niemandem Cityscaper irgendwie. Für mich ist es irgendwie so, weil es so begrenzt ist von den Möglichkeiten, auch so ein bisschen langweilig. Vielleicht aber, weil ich mich auch mit dem Thema noch nie wirklich befasst habe. So augenscheinlich sehe ich diese Bilder und denke mir, ja, okay, geil. Aber alles, was man anders machen kann, ist vielleicht die Stimmung. Ist das so? Na, ich glaube, da musst du halt wirklich auch so ein kleines Fable für haben. Zum einen verbinden wir ja auch mit der Stadt relativ viel. Das heißt, wenn du dann den Fernsehturm irgendwie in schönem Licht siehst, dann ist sofort so, oh, dann freust du dich halt eben. Und ist ja auch tatsächlich das herausragendste Gebäude hier quasi in der Stadt. Und für mich hat es halt den Reiz verloren, weil meine Art der Fotografie vielleicht jetzt so ein bisschen verbraucht ist dahingehend. Also alles, was ich hier so gemacht habe, klar, kann ich alles nochmal machen. Kann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen. Aber es hat ein Stück weit den Reiz zumindest für mich verloren. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass das für andere nicht trotzdem weiterhin noch extrem reizvoll sein kann. Aber was heißt dann aber in dem Fall für dich besser machen? Heißt das, du könntest noch besseres Licht erwischen? Zum Beispiel, genau. Also einfach nochmal bessere Situationen abgreifen oder einfach technisch noch ein bisschen was rausholen. Sei es jetzt, weil ein neues Objektiv oder eine neue Kamera dazu kam. Aber das ist eigentlich nur eine Spielerei dann. Eigentlich hat man es ja schon, oder? Okay. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, wenn du Berlin fotografierst, das dann von oben zu machen? Wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich weiß ja, du hast ja vorhin immer so runter geguckt und so ganz am Rand musst du dann doch nicht stehen. Also der Arzt mit Höhenangst fotografiert Rooftops in Berlin und in Dubai. Wie kommt es denn dazu eigentlich? Wie passt das zusammen? Am Anfang habe ich tatsächlich eine ganz andere Sparte eingeschlagen. Also inspiriert hat mich gerade hier ein Berlin-Fotograf, der super viel Panorama-Fotografie gemacht hat. Und da halt eben auch ziemlich abgefahrene Perspektiven. Und das hat mich am Anfang tatsächlich am meisten gereizt. Und war auch mitunter ein Grund, warum ich mir überhaupt die erste Kamera gekauft habe. Das mit den Cityscapes von oben kam dann erst ein bisschen später, so ein Jahr später. Und das lag da dran. Ich habe einmal so ein Foto gesehen, das ist ein ganz ikonisches Motiv hier aus Berlin. Aus einer Position, die kennt auch jeder. Wenn du ihm das Bild zeigst, sagt er dir sofort, welche Hausnummer an welcher Straße und welche Etage. Ach so, ja, das Bild. Und ich habe dann mich einmal da so in das Haus begeben, bin dann da hoch und habe dieses Foto gemacht. Und das ist halt eben auch schon eingeschlagen. Also es hat relativ viel Resonanz gekriegt, war auch ganz positiv. Und da bin ich dann letztlich so ein bisschen hängen geblieben. Und habe dann gedacht, okay, eigentlich macht das ja ganz viel Spaß, so auf die Dächer zu krabbeln. Und dann halt eben die Fotos da zu machen. Und da habe ich halt eben meist so blaue Stühnefotos gemacht. Das war so eigentlich das, was mich am meisten an der Geschichte gereizt hat. Also dieser Übergang von Tag zu Nacht. Sehr kontrastreich zu etwas angleichenderen Lichtverhältnissen. Und das fand ich recht ansprechend. Und dann habe ich so alles, was man mitmachen konnte, was man hier abgreifen konnte, habe ich dann eben mitgenommen. Und dann ging es halt eben auf die Suche nach etwas exotischeren Perspektiven. Und dann ging das dann halt eben los auch mit viel Organisation und Shake Hands und Konfondieren und E-Mail und so weiter und so fort. Aber also ich meine, trotzdem scheint dich ja die Stadt an sich dann irgendwie nicht mehr so gereizt zu haben. Weil ich meine, klar, Berlin ist irgendwann abgegrast. Jetzt könntest du ja dann aber sagen, okay, dann mache ich halt demnächst noch New York und London und fange an mit Frankfurt vielleicht. Und dann fliege ich noch nach Dubai. Das hast du in dem Fall ja auch gemacht. Aber es ist ja dann trotzdem irgendwie so dieser Wechsel auf Landschaft passiert. Mach noch einen guten Mix, sagen wir mal. Okay, okay. Also Städte haben jetzt so per se den Reiz nicht für mich verloren. Ganz im Drittenteil. Also ich mache das immer noch super gerne. Aber ich mache es seltener, dass ich jetzt halt eben einfach nur einen reinen Städtetrip mache. Also wirklich so eine Geschichte wie Dubai oder so. Mache ich aber immer noch gern. Nur Berlin hat ein Stück weit verloren. Das ist halt einfach fotografiert, so ein Stück. Da gibt es immer noch genug herausragende Nummern hier in Berlin, die das halt eben jetzt sehr, sehr gut machen. Und da gucke ich dann auch gerne hin. Aber ich selber. Muss man dann auch nicht noch machen. Es wäre dann umso schöner, dass wir dich heute hier auf dem Hochhaus bewegen konnten. Das stimmt. Freut mich auch. Überhaupt die Einladung hierher. Nachdem wir jetzt so viele große Nummern hier im Podcast hatten. Naja, komm, jetzt mach dich mal nicht klein, als du bist. Also im Vergleich dazu. Ich muss, ich muss, also man muss schon. Ja, doch. Nee, aber Jean-Claude Castor oder 030 Millimeter Fotografie, wie du ja unter dem Namen bist. Du bist ja eigentlich früher mehr unterwegs gewesen. Und deine Website ist immer noch 030 Millimeter Fotografie. Aber du selber hast jetzt zum Beispiel auf Instagram, hast du dich Jean-Claude Castor jetzt gelernt. Ja. War das auch aus irgendeinem bestimmten Grund, dass du das jetzt gesagt hast, lebst du wieder unter eigenem Branding? Oder war es einfach nur so an einem Morgen aufgewacht und dachtest dir so, ich will eigentlich so heißen, wie ich heiße. Wie es halt eben so häufig ist. Ich habe sogar mal meinen Instagram-Account gelöscht, weil ich gedacht habe, okay, hier passiert sowieso nichts, ist tote Hose. Obwohl es da im Vergleich zu jetzt deutlich besser lief. Okay. Ein ganz klares Eigentor, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt, keine Ahnung, ich investiere einfach nicht mehr so viel Zeit in Social Media. Natürlich gucke ich mir noch die anderen Bilder an von anderen Menschen. Aber ich selber bin froh, wenn ich einmal am Tag ein Bild irgendwo gepostet bin, versuche es jetzt noch mal ein bisschen mehr zu forcieren. Gerade weil ich ja jetzt auch wirklich viel Content noch bereitgestellt habe in den letzten Monaten. Aber ja, ist jetzt nicht mein Hauptfokus. Ja, du bist ja auch nicht darauf angewiesen. Also das ist ja, wenn du einen guten Job hast, dann ist das ja meistens, wenn, dann eher nur so eine Ego-Schiene, oder? Was ja nicht negativ, das klingt so negativ. Nee, ich weiß nicht, was ich meine. Also es ist für mich einfach nur Spaß jetzt so. Social Media. Cool. Leute, ich würde sagen, so langsam könnten wir uns ja mal in die andere Richtung begeben und mal so schauen, was so geht. Ich glaube, wir haben heute ziemlich geile Bedingungen, weil es sind Wolken am Himmel, jetzt sind noch einige Quellwolken am Himmel. Ja, ein bisschen, oder? Und Lichtstrahlen vor allem. Ja, Lichtstrahlen. Ich habe ein bisschen Sorge da hinten mit dem Horizont, ob da die Sonne nicht dahinter verschwindet, so bei unserem Glück. Aber wir werden es sehen. Wahrscheinlich wird es so sein. Aber egal. Egal. Es ist die feste Feier an dieser Feier. Und Leute, lasst uns eine Runde fotografieren gehen, oder? Alles klar. Ja, das geht's. Ja, das geht's. Nehmen wir uns erst mal das gute Schmuckstück. Nikon D850. Habe ich jetzt schon passenderweise mit dem Nikon 70 bis 200. Ist hier eigentlich, würde ich sagen, das Objektiv der Wahl. Wir sind hier, was so, naja, die Komposition anbelangt, etwas eingeschränkter. Man hat hier aber eigentlich viel Spielraum, wenn man mit der Brennweite etwas variiert. Das kann man hier ganz gut machen. Würde sich rein theoretisch auch noch für Panoramaaufnahmen rentieren. Und wir versuchen jetzt quasi noch das letzte Licht einzufangen, weil die Sonne scheint sich hinter ein wundervolles Wolkenband zu schieben. Wie gesagt, spiele jetzt einfach noch mal ein bisschen mit der Brennweite. Wahrscheinlich wird es so auf die 70 Millimeter hinauslaufen. Jawohl. Bekommen wir quasi die Sonne noch im letzten Licht mit rein. Wird jetzt hier so eine Blende zwischen 11 und 13 wählen, vielleicht oder 14, damit wir noch ein bisschen Sonnenstern bekommen. Und dann gucken wir einfach mal, was hier passiert. Ich werde eine Bracket-Aufnahme machen, einfach, dass ich hier auch wirklich den vollen Dynamikumfang mit einkassieren kann. Und später in der Nachbearbeitung kann ich das dann noch alles so anpassen, wie ich es brauche. Ich bin jetzt hier bei der normalen Aufnahme bei einer Belichtungszeit von 125 und bei einem ISO von 64. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Sieht erstmal ganz okay aus. Vielleicht wird es sich sogar lohnen, noch mit der Brennweite ein bisschen rauszugehen. Wir können ja mal spaßeshalber gucken, wie es im Hochkantformat aussieht. Aber wahrscheinlich ist es jetzt sowieso schon zu spät. Hier habe ich jetzt tatsächlich versucht, den Fernsehturm so ein bisschen nach Drittelregeln mit einzubauen. Hat jetzt natürlich mit der Sonne so nicht ganz gepasst. Die ist vielleicht etwas zu weit links in den oberen Bildrand gerutscht. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr variieren müssen. Dann auch mit der Brennweite vielleicht auf 50 Millimeter runter. Dann hätte es vielleicht etwas besser hingehauen. Und habe jetzt quasi noch als führende Linie den Steg unten im Bild mit drin, der so etwas in Richtung Oberbaumbrücke zeigt. Man könnte jetzt natürlich auch noch abwarten, bis da eine schöne U-Bahn noch über die Oberbaumbrücke fährt. Richtig interessant wird es dann auch eigentlich später nochmal zur blauen Stunde. Dann kann man quasi noch etwas Lightrails mit einsammeln. Und wenn ich jetzt den Abend hier weiter verbringe, dann würde ich mich einfach rantasten, verschiedene Kompositionen mit unterschiedlichen Brennweiten austesten. Vielleicht auch mal ein paar Close-Ups einfach auf dem Fernsehturm mit einem Ausschnitt von der Oberbaumbrücke mit drin. Oder einfach die Oberbaumbrücke selbst als Close-Up mit drauf. Und einer vorbeiziehenden U-Bahn bietet sich hier eigentlich auch immer an. Selten hat man leider Glück mit der Spiegelung hier an der Spree von hier oben, sodass die Reflexion eigentlich fast immer ausbleibt. Gerade hier auf der Seite ist es problematisch. Wenn man jetzt hinten Richtung Schillingbrücke guckt, da sieht es ein bisschen besser aus. Aber hier werden wir wohl heute nicht mit Glück beseelt. Ja, jetzt ist die Sonne erstmal verschwunden hinter dem Wolkenband. Also in der Situation würde ich jetzt erstmal Pause machen, wahrscheinlich abwarten. Könnte ja auch durchaus sein, dass das Wolkenband noch etwas weiter zieht und hinten eine Lücke wieder frei wird, sodass man eventuell zum Sonnenuntergang nochmal ein bisschen Glück haben könnte. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, aber manchmal muss man sich ja eines Besseren belehren lassen. Sollte das Wolkenband jetzt da einfach bleiben und der Sonnenuntergang quasi ausbleiben, dann würde ich wohl noch die blaue Stunde abwarten und gucken, was da noch so geht. Da wäre mir jetzt im Prinzip das Wolkenband ziemlich egal. Wenn die Lichter angehen, sieht es meistens trotzdem immer nochmal ganz spannend aus. Wolkenband jetzt da einfach mal ganz spannend aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, die blaue Stunde setzt so langsam ein und wir fotografieren uns noch ein bisschen zu Ende, aber gleichzeitig wollen wir uns auch bei euch verabschieden. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Danke, dass ihr für Jean-Claude eingeschaltet habt. Vielen Dank Jean-Claude, dass du für die Leute zum Einschalten da warst und so. Vielen Dank an euch für die Einladung. Sehr gerne. Danke für die Einladung hier auf das Hochhaus. Sehr gerne. Das war sehr cool. Und wir haben auch schon gesagt, wir werden wieder öfter was zusammen machen. Vielleicht noch mal einen kleinen Roadtrip oder so. Vielleicht gibt es da dann auch Videos von. Wir werden es sehen, wenn Corona es zulässt. Und ansonsten folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Ganz wichtig. Da hat er mich gerade gesagt, er braucht noch ein paar. Und außerdem Webseite und so weiter verlinken wir natürlich auch unten. Da könnt ihr noch mal durch die Bildergalerien stöbern. Und ansonsten würde ich sagen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Leute, wir sehen uns, wenn du die aktivierst, dann kriegst du Push-Prinne-Errichtung, wenn ich ein Video-Pro-Lade. Dann geht das richtig. Dann verpasst du nämlich keine Folge mehr. Dann verpasst du gar nichts mehr. So, und für alle, die jetzt Patreon-Mitglieder sind oder es werden wollen, jetzt geht es direkt weiter. Wenn ihr auf die Seite von unserer Patreon-Seite geht, dann könnt ihr dort nämlich das Tutorial von JCC euch anschauen. Haut rein, Leute. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Abanti, da sind doch SD-Karten drin. Sind die alle leer? Irgendeine kleine, bitte. Wenn da irgendeine 8 oder 16 GB dran ist. Die sind doch alle gleich groß. Hier hinten, dann mache ich aber ISO jetzt. Du sollst ja auch nicht da die Blende ändern. Hier in der Form, hier oben. Ah, in dem Scheiß hier. An dem großen Rad. Was ist denn für groß? Am Rad, das ***? Ich weiß, ich habe nur groß. Aber das soll ja jetzt nicht... Ja, irgendeine. Jetzt ist das Intro und mittendrin wird der rauspeuchern. Das ist ja gut. Das ist ja gut. So, das haben wir. Wir haben ja jetzt auch noch wieder... Wir haben ja jetzt auch noch wieder... Nein, das ist opelt. Ah, jetzt bin ich komplett raus aus dem Flow. Und dann ist das ja gut. Vielen Dank.